15 Kessel ist ein Ortsteil der Stadt Goch im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen. Das Dorf hat 2129 Einwohner. Beim Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft hat der Ort 2006 neben sieben weiteren Dörfern aus Nordrhein-Westfalen eine Goldmedaille gewonnen. Lage Wie Goch liegt auch Kessel an der Niers. Neben dem eigentlichen Ort gehören die Teile Nergener und Grunewald dazu. Die westliche Grenze des Ortes ist gleichzeitig die Grenze zu den Niederlanden mit den Ortschaften Ottersum und Gennep. Im Nordwesten begrenzt der Reißwald den Ort. Geschichte Die Siedlungsgeschichte im Bereich des heutigen Ortes Kessel geht in die Vor- und Frühgeschichte zurück. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden durch heutige Bodenfunde belegt größere Waldflächen gerodet. In der Nähe der Villermühle sind Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche Scherben von Urnen gefunden worden, nebst Resten einer germanischen Opfer- und Begräbnisstätte. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts, als die Römer den Niederrhein verlassen und die Franken sich dieses Landstriches bemächtigt hatten, entstanden viele neue Ansiedlungen, die teilweise Marktgenossenschaften bildeten. Höfe und Äcker waren das Privateigentum der freien Bauern, aber der Wald und der unbestellte Heideboden bildeten den Besitz der Gemeinschaft. Bestimmte Rechte hatten nur die Mitglieder einer Marktgenossenschaft. Entsprechend der Anzahl ihrer Anteile durften die Bewohner Holzfällen, Rinden der Eichen schälen, Buchäckern für die Schweinemast sammeln oder auch ihr wie auf die Weide treiben, Kessel beansprucht für sich der Geburtsort Kaiser Ottos III. zu sein. Ob die Bezeichnung in Silva, Quecetilvokatur aber tatsächlich auf Kessel oder schlicht auf den Clever Reichswald zu beziehen ist, ist strittig. Die 1248 durch Graf Otto II. von Geldern gegründete Zisterzienserabtei Greventhal übernahm immer mehr Höfe. Und damit gingen auch die dazugehörigen Marktgenossenschaftsanteile in ihren Besitz über. Auch der größte und wohl auch älteste Hof, das Gut Hoferbruch, ging in den Besitz der Abtei über. Das Dorf ist auf dem Besitz dieses Hofes entstanden und es wird angenommen, dass das Gut auf den alten Königshof Kettele zurückgeht. Der Name Hoferbruch soll durch die Abtei wegen seiner Lage nahe der Niers vergeben worden sein. Zusammen mit Asperden, Hassum und Hormersum hatte Kessel seit 1321 seine eigene Gerichtsbarkeit. Aus dieser schied Kessel 1647 damals eine Herrlichkeit aus und wurde dem Amtmann von Goch und Gennep, Freiherr von Nukirchen-Nivenheim, unterstellt. Dieser hatte seinen Amtssitz auf Haus Driesberg. Haus Driesberg ist eine aus dem 14. Jahrhundert stammende Wasserburganlage. Davon sind heutzutage nur Reste der Grabenanlage zu erkennen und zwei Türme der alten Vorburg aus dem 17. Jahrhundert vorhanden. In den verschiedenen Kriegen hatte Kessel sehr oft unter Belagerungen zu leiden. 1701 bis 1713 und 1756 bis 1763 war Kessel immer wieder von fremden Truppen besetzt. Mit dem Einzug der französischen Revolutionsarmee an den Niederrhein kam das ganze Land unter französische Verwaltung. Ottersum war der Verwaltungssitz der Gemeinden Nergener, Grunewald, Ottersum und Grafwegen. Als die Truppen 1816 abzogen und die Grenzen neu festgelegt wurden, kam Ottersum zu Holland und die anderen Gemeinden wurden unter dem Amt Asperden zu einer amtsfreien Bürgermeisterei vereinigt. Bei Einzählung 1816 hat die amtsfreie Gemeinde Kessel 1.053 Einwohner und reicht von Grafwegen bis zum Asperberg. 1936 wird die Gemeinde Kessel in das Amt Asperden eingegliedert und große Teile des Reichswaldes sowie der Ortsteil Grafwegen wurden der Gemeinde Kranenburg angegliedert. Gleichzeitig wurde die Amtsverwaltung Asperden aufgelöst und nun von der Stadt Goch verwaltet. Im nahegelegenen Reichswald und im Umfeld des heutigen Ortes Kessel fand im Februar 1945 des Zweiten Weltkrieges die sogenannte Schlacht im Reichswald statt. Nach dieser Schlacht konnten die Alliierten anschließend bei Wesel einen Brückenkopf über den Rhein schlagen und somit das Ruhrgebiet einnehmen. Am 28. Juni 1946 wurde die Amtsverwaltung Asperden, bestehend aus den Gemeinden Kessel, Asperden, Hassum und Hormersum mit Genehmigung der Militärregierung wieder von Goch selbstständig. Die auf dem Reichswaldgelände des Amtes entstandenen Siedlergemeinde Nierswalde wurde 1953 durch Regierungsverfügung dem Amt Asperden angegliedert. Das endgültige Aus für das Amt Asperden kam mit dem Neugliederungsgesetz vom 11. März 1969. Es wurde aufgelöst und die selbstständigen Gemeinden, darunter auch Kessel, sind seit dem 1. Juli 1969 Ortsteile der Stadt Goch, Sehenswürdigkeiten. Sankt Die zweitälteste Glocke ist die aus dem Jahre 1496 stammende Marienglocke oder auch Muttergottesglocke. Sie ist 700 Kilogramm schwer und erzeugt den Ton G. Die dritte Glocke, Heinrich, wurde im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt und für den Bau von Kriegsgerät eingeschmolzen. Hierfür kam erst im Jahre 1977 als Ersatz die neue Heiliggeistglocke mit einem Gewicht von 1400 Kilogramm. Sie ist damit die schwerste Glocke und konnte nur mit einem Bagger, einer Winde und der Kraft von vier Männern an ihren Platz gebracht werden. Der heilige Stepanus war mit unter den ersten sieben Diakonen der urchristlichen Gemeinde von Jerusalem, welche von den Aposteln geweiht wurden. Sie waren für die sozialen Belange der Gemeinden zuständig, ebenso wie für die Verkündung des Glaubens. Ihre besondere Rolle wird in der Apostelgeschichte dargestellt. Stepanus gilt als bedeutender Prediger. Seine Predigten stießen bei den hellenistischen Juden Jerusalems auf Kritik und brachten ihn vor den Hohen Rat. Während seiner Verteidigungsrede soll sein Haupt geleuchtet und der Hohe Rat sich die Ohren zugehalten haben. In der Rede legt er sein Bekenntnis zu Moses und den Propheten ab und erhebt schon vor Paulus den universellen Anspruch des Christentums. Das Urteil über Stepanus lautete auf Lästerung und er wurde, so sagt es die Überlieferung, am Damaskustor gesteinigt. Er soll kniend im Gebet seinen Widersachern vergeben haben. Saulus von Tarsus, der spätere Paulus von Tarsus soll nach eigenen Aussagen die Hinrichtung befürwortet und ihr beigewohnt haben. Mit der Steinigung des Stepanus begann die erste Christenverfolgung in Jerusalem. Der Überlieferung nach geht es auf den römischen Feldherren Drusus zurück. Davon leitet sich dann auch höchstwahrscheinlich der ursprüngliche Name Drusiburgem ab. Sicher ist aber, dass dieser Ort zu den ältesten Siedlungsplätzen in Kessel gehört. Entwicklung Seit den 1960er Jahren nennt sich das Dorf Spargeldorf. Seit dieser Zeit hat es sich einen guten Ruf unter Spargelliebhabern gemacht. Es gibt diverse Spargelbauern mit Hofladen und die Gaststätten im Ort bieten örtlichen Spargel auf ihrer Karte. In den 1970er Jahren verband ein neues Baugebiet die Ortsteile Kessel, Nergena und Grunewald. In den 1980ern wurde besonders entlang des Klosterweges Thomas-Moros-Weg, Hofsche-Weg und Marienthal gebaut. Seit 2000 wird ein Baugebiet zwischen dem bisherigen Ort und dem neu gebauten Schwimmbad Gochnes erschlossen. Und auch das Ortsschild und somit die Ortsgrenze wurde verlegt. 2007 soll nun auch noch die restliche Freifläche bebaut werden, vermehrt auch mit Ferienhäusern. Tourismus Schon in den 1970ern wurde hier Sand und Kies gebaggert. Mittlerweile sind die meisten Gruben erschöpft und es wurde ein Renaturierungsplan erstellt. Neben dem Reichswald gehören diese zu den Naherholungsgebieten. Zwischen Denies und den ehemaligen Kiesgruben existiert ein Netz von Wanderwegen, das von Joggern und Nordic-Walkern, aber auch von Vogelfreunden genutzt wird. Der Niederrhein ist Durchzugsgebiet für Graugänse und Kraniche, aber auch andere Vogellarten machen hier auf dem Weg in ihre Winterquartiere Rast. Durch den Bau von Ferienhäusern wird neben dem Hotelaufenthalt eine attraktive Alternative geschaffen. Aktivitäten In Kessel gibt es einige Sport- und Freizeitvereine. Der größte Verein ist die Spielvereinigung Kessel, die Fußball, Basketball und Badminton betreibt. In Kessel steht auch das Freizeitbad Gochners mit einem Hallenbad, einer Sauna und einem Baggersee, der jedes Jahr von Juni bis September geöffnet hat. Außerdem findet man auf dem Gelände von TER Kelling einen Minigolfplatz.